Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute 24. und letzte Etappe auf dem Olafsweg von Oslo nach Trondheim. Ja, eine wundervolle Reise findet ihr einen Abschluss. Es sind heute nochmal 30 Kilometer, aber die Etappe wird wohl nicht so schwer wie gestern werden. Es geht zwar nochmal ein bisschen hoch, aber ich glaube, das heute wird eher so ein bisschen auslaufen. Ich freue mich auf jeden Fall ins Ziel zu kommen. Ich kann von hier schon durch die Bäume so ein bisschen die Bucht sehen. Das ist ein Teil vom Trondheimfjord, aber man muss jetzt noch eine Halbinsel queren, die auch wohl ein bisschen gebirgig ist. Ja, und dann sind wir da in Trondheim nach 643 Kilometern. Ich freue mich drauf und lade euch ein mitzukommen. Los geht's! Ich freue mich auf jeden Fall. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nach dem Campingplatz, äußeren Camping war das glaube ich, verzweigt sich die Strecke. Und man kann geradeaus weiterlaufen, dann kommt man zu Sundegard. Ja, und kann sich dort mit einem Ruderboot, mit einer Fähre übersetzen lassen. Ist natürlich spannend, aber ich möchte mich auf meinem Weg zum Nordkap nicht mehr transportieren lassen, als irgend nötig. Und die Fähren musste ich damals nehmen, sonst hätte ich müssen Polen, die baltischen Staaten, Finnland, hintenrum übers Nordkap. Und auf die dänischen Inseln, beziehungsweise dann rüber nach Schweden, da ging es nicht anders. Ja, aber hier gibt es eine Brücke und da muss ich halt ein bisschen außenrum. Also habe ich jetzt den Abzweig genommen nach rechts und laufe jetzt hier schön über die Felder zu der Brücke. Wetter ist wieder toll, die Sonne kommt langsam raus, blauer Himmel, heute Morgen war es ja etwas bewölkt, aber ganz toll, spitzenmäßig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, der Weg ist jetzt mal ein ganzes Stück angestiegen. Ging also jetzt bestimmt, ja, würde ich sagen, einen Kilometer eigentlich recht streng hoch. Auf, ja, das ist so eine Schotter, Thea, ich weiß gar nicht. Manchmal lässt sich der Untergrund schwer definieren, aber Straße, ab und zu ein Auto, wundervolle Aussicht. Aber strengt auch ganz schön an hier hoch, muss man schon sagen. Jetzt wäre da oben ein Bänkle gut, wo sich hinsetzen kann und zweites Frühstück nehmen, es ist jetzt halb elf. Also gerade richtig. Hinter mir könnt ihr den Stein mit der 14 Kilometer Marke erkennen. Ah, das ist heute ein schöner Stein, weil er bedeutet, oh, ich bin ziemlich oben. Es war jetzt noch ein ganz schönes Stück hoch hier, meistens in der Sonne. Ja, jetzt geht die Strecke hier ein Stück durch den Wald. Ganz herrlich, wieder ein kleiner Pfad. Wäre schön, wenn es noch ein Stück so weiter ging, weil ein Großteil der Strecke war heute auch wieder auf Straße, Thea und so Schotterwegen. Ja, puh, jetzt bin ich erstmal froh, dass ich hier oben bin und jetzt weiß ich nicht, ob ich hier eine kleine Rast mache oder ob ich noch ein Stück weiter gehe, weil hier irgendwo soll eine Bank kommen. Ja, aber ein ganz herrliches Plätzle hier. Ja, auch hier auf den letzten Kilometern, ich bin jetzt circa, ja, 13 Kilometer etwa noch bis Trondheim oder bis zum Ziel im Dom. Richtig schöne Wege hier, schöne Waldwege, auch wieder durch den Moor. Ja, ab und zu jetzt ein paar Sommerhäusle links und rechts, aber jetzt richtig toll und gerade eben ein riesen Raufußröhrling gefunden, ein Wahnsinnsteil. Das ist schon zu alt zum Abmachen und ich hätte heute auch keine Möglichkeit mehr gehabt, den zu kochen, aber das war wirklich ein dickes Ding. Hinter mir im Wald sind große Flutlichtmasten. Meere scheint da irgendwie eine Skischanze zu sein oder irgendeine Sportanlage hier mitten im Wald. Endlich eine Bank gefunden, jetzt ist ja schon Pause angesagt. Das habe ich heute den ganzen Tag mitgeschleppt. Jetzt haben wir halb eins und darauf habe ich mich jetzt richtig gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Trondheim im Blick. Herrlich. Die Aussicht von hier oben ist traumhaft. Ich habe natürlich heute super Wetter. Der Blick auf den Fjord und die Stadt. Wunderbar. Ich bin wahrscheinlich etwas dunkel zum Hintergrund. Ich bin hier oben an einem Aussichtspunkt. Ein paar Kilometer noch bis zum Ziel. Den Dom, den sieht man unten schon. Es ist fantastisch hier oben. Ganz herrlich. Es sind ein paar Meter vom Weg. Der war so auf dem GPS ausgewiesener Aussichtspunkt. Und es ist ganz fantastisch. Man sieht hier über die komplette Stadt diese Meeresschleife, die hier die Altstadt umfasst. Da liegt ein Fährschiff im Hafen. Sicherballabfährt. Und man hat auch hier einen guten Blick. Gehen wir ein Stück rüber auf diese Festungs- oder Gefängnisinsel Munkholm, die da hinten im Meer liegt. Ja, schön. Aber ich freue mich jetzt richtig auf das letzte Stück darunter. Das sieht ja klasse aus von hier oben. Ganz toll. Es ist schön, dass man von diesem Aussichtspunkt auch genau diese Fassade vorne hat von der Kirche. Toll. Ja, bin ich mal gespannt, wie das von unten aussieht. So, es ist geschafft. Ich bin am Ziel. Hier angekommen an der Dienerhaus-Kathedrale in Trondheim. Ja, herrliches Wetter. Super Tag gewesen. Auch wieder noch eine anstrengende Etappe heute. War keine flache Etappe. War, ging richtig hoch und runter. War auch nochmal richtig anstrengend. Bin vor etwa, ja, etwa anderthalb, zwei Stunden hier angekommen. War jetzt erstmal im Pilgercenter. Hab dort einen Kaffee getrunken. Mir den letzten Stempel abgeholt und die Eintrittskarte hier für die Kathedrale. Und sitze jetzt hier an dem Kathedralenvorplatz und genieße es einfach, ein bisschen angekommen zu sein. Wird es nachher in mein Hotel. Ich brauche wirklich eine Dusche. Ich habe ja morgen den ganzen Tag Zeit, um mir die Stadt anzuschauen und ein bisschen Sightseeing zu machen. Das heißt, in den Dom rein werde ich erst morgen gehen. Habe mir heute die Fassade hier hinten hinter mir, die man so wunderbar sieht, ein bisschen angeschaut. Aber wie gesagt, ich werde morgen jetzt wieder so eine Sightseeing-Tour machen von Trondheim. Und zeige euch da auch ein bisschen, was es hier zu sehen gibt. Gehe nachher noch aufs Touristeninformationsbüro und gucke mal, was ich mir alles anschauen kann morgen. Ja, herrlich. Ich bin da, 643 Kilometer. Und ja, die Tour eigentlich genossen. Es war eine schöne Reise. Muss ich erst mal dran gewöhnen, an die Hektik hier wieder in die Stadt. Wobei man sagen muss, dass Trondheim jetzt nicht super hektisch ist. Also im Verhältnis zu Oslo ist hier fast so ein bisschen, ja, ist ein paar provinzieller, aber es geht ruhiger zu. Gefällt mir aber sehr. Es war jetzt bis jetzt nicht die Riesenhektik hier rein. Und das war auch wirklich schön gemacht. Also der Weg bis zum Schluss eigentlich, bis in die Vorstadtssiedlung, war der eigentlich so, oder hat man den Weg hier an die Stadt herangeführt. Und nochmal richtig schön durch den Wald, schöne Aussichtspunkte. Also auch die letzte Etappe war eigentlich richtig schön zu laufen. Ja, und an so einem herrlichen Sonnentag hier ankommen, ist natürlich auch spitze. Freut mich. Ich werde jetzt eben, wie gesagt, in mein Hotel gehen. Das liegt in der Nähe vom Bahnhof. Und der Bahnhof ist auch für mich wieder der Punkt, quasi das eigentliche Ende oder das Zwischenziel der Tour. Denn ich möchte, wenn es irgendwie möglich ist, nächstes Jahr gerne weitermachen. Und möchte hier wieder anschließen am Bahnhof und weitermachen Richtung Norden, Richtung Nordkappen. Ja, dann bedanke ich mich erst mal hier fürs Mitkommen heute. Wie gesagt, ich will noch ein Review machen von der Tour. So ein bisschen Gedanken pro, contra. So ein kleines Fazit ziehen vom Olafsweg. Was ich gut fand, was ich nicht so gut fand. Da gibt es auch einige Punkte. Aber das Ganze mache ich dann im Extra-Video. Genauso wie wenn ich, wo ich meine Ausrüstung ein bisschen wieder kritisch hinterfrage und gucke, was war gut. Was würde ich anders machen, würde ich den Weg nochmal gehen. Dazu gibt es aber auch noch ein Extra-Video. So, super angekommen in Trondheim an der Zentralstation oder am Zentralbahnhof in Trondheim. Es ist 18 Uhr, ich musste mich jetzt so ein bisschen durch die Stadt kämpfen. Ja, aber das ist so das Ziel gewesen für dieses Jahr und hier möchte ich dann im nächsten Jahr wieder anschließen. Mal gucken, also hier werde ich wahrscheinlich wieder hinkommen, wenn ich Fliegertransfer irgendwie auch fertig bin. Und dann hier die Reise im Rucksack hoffentlich fortsetzen Richtung Nordkappen. Ich gehe mal schnell rein, nur ein paar Blicke und dann werde ich mein Hotel suchen. Ich bin nämlich ziemlich fertig, jetzt mittlerweile eben sechs. Gucken, dass ich eine Dusche kriege und ja, dann noch was essen. Ich habe auch Hunger. Gucken, ich habe unglaubliche Lust auf einen Burger. Das gibt es bestimmt auch irgendwo. Und dann morgen die Städtetour planen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.